Ihr habt es so gewollt. Deswegen Blizzard. Ja, das ist... Sage ich nichts zu. Wasserhild im Tag. Sehr mächtig. Feuerball. Sehr mächtig. Oger. Sehr mächtig. Hm. Mein Dschungelpanther. Nützlich. Frostblitz. Sehr mächtig. Das tut weh. Kriegskolem? Ich will nicht den Kegel nehmen. Okay, Late Game. Ah, Armani Bersack. Endlich muss. 2-2. Sehr gut. Messerjongleur. Dunkel Eisensberg. Sehr gut. Wasserhild im Tag. Sehr mächtig. Welcome in Wellyutown. Boah, das ist doch übel. Noch ein Kriegskolem. Ich will keinen Wisp nehmen. Zauberlehrling. Aber jetzt reicht's langsam im Late Game. Fünf. Goblin Leibwächter. Elfenbogenschützen. Die mit meiner Heldenfähigkeit kann zwei Schaden machen. Ja, nehm ich mal. Arcanes Geschoss. Gerne. Feendrache oder See des Irrenlichts. Nehmen wir den See. Oh. Oh. Einmal Flammenstoß, bitte. Kodo. Gerne. Noch ein Feuerball. Gerne. Verwandlung. Nice. Ähm. Der Frostwolfkriegsfürst ist bereit. Nein. Lieber Ritter von Sturmbind. Ja, junge Priesterin. Nein, nein, nein. Magier in der Kirin vor. Ah. Den kann man nicht liegen lassen, den Wasserelementer. Feendrache? Fragezeichen? 25 Karten schon. Wir haben noch nicht viel Early Game. Dschungelpanther ist zwar auch ganz nice. Aber lieber ein Feendrache. Noch ein Kodo für Waju Town. Ah, das ist ein Anti-Golem. Aber sicher doch. Uff. Ach, wieso nicht? Äh, das ist aber wirklich Waju Town. Aber, ähm. Na doch. Das ist Waju Town. Willkommen. Einwohnerzahl ich. Hahaha. Das ist ein interessantes Deck. Vielleicht habe ich mir ein paar zu viele Antworten gesammelt, aber... Das sind geile Karten. Ja, das Lake geht... Also die Kriegskolem hätte ich... Und die Windzone habe hier. Hätten wir vielleicht tauschen können gegen was Besseres, aber... Selbst einmal Flammenstoß und Blizzard. Für Mass Removal. Dreimal Feuerball. Das Early Game. Ja, ist vertreten. In einer entsprechenden Anzahl. Ah, Verwandlung, Feuerball. Ja, wie viele Antworten habe ich überhaupt? Ei, 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 ei. Eine Massen. Zwei Massen. Das ist Value. Hm. Eins. Vier. Fünf. Und... Ja, das kann man am Anfang spielen. Okay, das wird interessant. Ich hoffe, damit können wir Gold verdienen. Es ist auf jeden Fall ein Deck mit interessanten und starken Karten drin. Nur das Early Game. Das macht mir Sorgen. Okay. Jaina gegen Rexhaar. Okay. Lass die Jagd beginnen. Ihr habt es so gewaltt. Wer hat behauptet, dass das Early Game macht Probleme? Kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe überlegt, den Kodo zu behalten, ehrlich gesagt. Ich habe Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Leider habe ich keine Secrets für die magiären, leckigen Tor. Aber eine 4-3-4-3-Mana ist nicht schlecht. Tja, dann darfst du dich entscheiden, wen du angreifst. Kommt da noch was? Ich frage mich... In der Zweifachschuss kostet er drei oder vier. Oder Doppelschuss. Das könnte jetzt... Legt euch nicht mit Zeug an! Ist okay. Das ist jetzt dumm. Ich frage mich, ob... Aber... Wir haben viele Geheimnisse. Wieso nicht? Ich mache mir eine 4-3 raus. Die 1-1 kriege ich locker los. Schätze ich mal. Als nächstes kommt der wunderbare Wasserelementar. Hyena. Oder es kommt was Besseres. Ah, jetzt muss ich... Garstig. Unglaublich garstig. Den muss ich vorher töten. Ein Schuss. Ein Heim. Dann ist er wenigstens weg. Ich kann ja mit Blizzard aufräumen, falls ich jetzt das Momentum verliere. Wobei, ich habe es verloren. Nicht wenn ich es verliere, ich habe es bereits verloren. Jetzt habe ich es gerade abgegeben. Ich hätte den Wasserelementar spielen müssen. Und der Madbomber hatte viel Glück, dass meine Kreatur zweimal getroffen wurde. Unglaublich lästig. Mh, das ist natürlich Value Town. Ich werde es versuchen. Ich brauche gar kein Blizzard. Jetzt wiederum habe ich das Momentum, würde ich sagen. Weil er muss auf mich reagieren. Weil ich das Ster... Vergiss, was ich sagte. Oder sagen wollte. Und ich nehme Kerze. Das ist eine Option. Er kann mit seiner 2-2 meine 3-1 töten. Gerne. Aber ich habe wirkliche Biester jetzt auf der Hand. Na, das könnt ihr nicht ernst meinen. Scheinbar er aber auch. Das ist das... 7-7. Die tötet er. Was glattst? So. Ich habe überlegt, wenn ich die 7-7 jetzt ausgespielt hätte, also meinen Manor voll ausgeschützt, hätte ich den nächsten Zug, den Ogre und einen Feuerstrahl machen können. Andererseits, wenn die 7-7 nächsten Zug dann überlebt, ist es umso besser. Kodo mit der Hoffnung. Ne, Blizzard. Das war jetzt besser. Weil Kodo hätte die 50-50 Chance, dass die Schlange überlegt und die Schlange hätte Kodo vernichtet. Das hätte mir nicht gefallen. Aha. Sehr nice. Willkommen in Value Town. Einwohnerzahl? Ich? Es wird Zeit, loszulegen. Komm, spiel Kreaturen aus. Das soll eine Waffe sein? Zum Beispiel. Jawohl. Flamestrike. Flamestrike. Nein, Flamestrike. Ja. Was nun? Die muss ich natürlich töten. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Ich hätte ihn voran vernichtet sollen. Das war dumm von mir. Ein Schaden. Vermasselt. 13 Schaden. Wenn er jetzt es nicht schafft, mich in zwei Zügen zu vernichten. Theoretisch möglich, aber schwierig. Dann ist der nächste Zug zu Ende. Gut gekämpft. Ich ergebe mich. Danke, Mad Mardio. Okay, das war der erste Sieg von hoffentlich vielen weiteren. Das Deck hat Potenzial. Das Early Game... Ab dem vierten Zug sollte es aber dann laufen. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020